Ausgekuppelt! Ehe aufgenommen! Ja, gut! Der nächste kommt drauf! Geht schon! Bitte hören wir ihn nicht noch! Geht schon, ja? Oh, so gehst du noch nicht drauf! Ah! Einen Wechsel! Mal schauen, das geht eh gar nicht! Ist das ein Bierholter? Nein, das gehört nicht alleine! Das ist die typische Frage von einem Unterabschiedskammer. Ist das ein Bierholter? Wirkst gar nicht am Löfi! Geht schon! 20, 50! Ich glaube, der hat zwei euren Bommizug! Das geht nicht! Warte, ich hab mal den Schwellen! Oh, oh, oh! Ha, 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 ha! Du kannst das aber gemein! Ich weiß eh nicht, ob er reinב�ide. Erkommt mal nicht aus. Er ist so blöd mit einer Eingeschöcter, reinvater einberat. Aber das ist nicht, ausg monopoly oder ausgleichbar nicht. Wieso? Da hat sich das Boot fahren nachher. So, da haben wir alles. Bei mir war das alles Rino. Mit der macht er so einen guten Film einmal. Ich hoffe es ist eine kompletter Chance. Der Film ist extrem gut. Jetzt haben wir den Film auch mit dem St. André Wörter mit der Feuerwehr. Aber Wahnsinn. Kamera läuft. Jetzt haben wir wieder Fisch. Jetzt haben wir wieder Fisch. Du hast ja angemeldet, als ob du sich dem Wasser fischen. Jetzt seht ihr die Rolle auf die rechte Seite und wir sind schon ganz sprich. Ausgekuppelt. Dass wir so einen Film auch drauf haben, er hat nicht ausgekuppelt. Stimmt. Stimmt. Gute Dank. Stimmt. Stimmt. Stimmt.